Der Prophet Muhammad a.s.w. sagt in einem authentischen Hadith Akthiru min zikri hadhim illadzat al-Maud Das bedeutet, vermehrt das Gedenken an den Genusszerstörer den Tod. Und wenn wir den Koran betrachten und wenn wir die Sunna betrachten, dann sehen wir, dass die Sunna und der Koran voll sind mit Ermahnungen und voll sind mit Erwähnungen der Begebenheiten, die sich ergeben werden beim Tod beziehungsweise nach dem Tod, beziehungsweise nach der Auferstehung. Der Koran ist voll, die Sunna ist voll und der Koran erinnert uns immer wieder, dass wir an das eigentliche Ziel denken müssen und dass der Mensch irgendwann sterben wird, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt Jeder, der aufhe ist, auf der Erde wird vergehen und nur das Gesicht deines Herren wird bleiben, so die wortwörtliche Übersetzung. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala Jede Seele wird den Tod kosten Und über das Beste der Geschöpfe, dem Prophet Muhammad a.s.w. sagt Allah subhanahu wa ta'ala Da sagt er, du stirbst, du bist sterblich und sie sind sterblich und dann werdet ihr am jüngsten Tag vor eurem Herrn Chisam haben Das heißt, dass man Streit hat Das heißt, der hat mir dieses weggenommen, dieser hat mir jenes weggenommen Und so sehen wir Verse und A jetzt, vom A bis Z was beim Tod passieren wird wie die Engel mit den Menschen beim Tod reden werden beispielsweise, wie im Koran steht إن الذين توفهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستتعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله وصية فتحاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة إلا المستتعفين من الرجال والولدان والنساء لا يستطعون حيلة ولا يحتلون سبيلا فأولئك عصى الله ويعفو عنهم وكان الله يأفون غفورا Ja, wie Allah im Koran sagt Ja, diejenigen, die abgerufen werden, werden sie ihrer Seele Unrecht tun Die Engel sagen, قالوا فيما كنتم بوواتيهم Dann sagen sie كنا مستتعفين في الأرض Wir waren in der Erde unterdrückt Dann sagen die Engel قالوا ألم تكن أرض الله وصية فتحاجر فيها War die Erde Allahs nicht weit genug, dass sie auf ihr auswandern konnte فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة Und diese, so wird ihre Bleibe die Hölle sein Und übel ist dieses Ende Und dann sagt er weiter إلا المستتعفين من الرجال والنساء والويلدان Ich habe mich eben versprochen Ich habe eben zuerst die Jungen genannt Und dann die Frauen Außer die Unterdrückten von den Männern Und von den Frauen Und von den Kindern Die keinen Weg gefunden لَا يَسْتَطِعُونَ حِلَتَوْ وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلَ Die also keinen Ausweg gefunden haben Ja Diesen wird Allah vergeben فَأُولَيْكَ أَسَى اللَّوِ يَعْفُوا عَنُم Diesen wird Allah Und immer wenn أَسَى أَسَى dieses Wort heißt eigentlich Vielleicht Aber wenn es im Koran kommt Mit Beziehung auf Allah Heißt das bestimmt Diesen wird Allah bestimmt vergeben Dann wird das passiert beim Tod Und in der Sunna wird genau detailliert erklärt Was beim Tod passiert Wie die Engel die Seele holen etc Ja Ganz detailliert Dann wird erzählt Was danach passiert im Grab In der Sunna Ganz klar und deutlich Im Koran wird erzählt Dass Leute im Grab bestraft werden Ja Zum Beispiel Wie in Sotografia Wo steht Das heißt Dem Feuer werden sie Tag und Nacht vorgeführt Und an dem Tag wo die Stunde kommt Wird das Volk vor uns In die hechteste In die heftigste Strafe Reingeführt Dann wird berichtet Wie die Leute aufstehen Aus den Gräbern herauskommen Und da kommen sie aus den Gräbern raus Es wird mir das Horn geblasen Und sie kommen aus den Gräbern raus Dann steht Wie sie sich verhalten worden werden Wenn sie aus den Gräbern rauskommen Beispielsweise Ja Wenn die ohrenbetäubende Schall kommt Ja Sie kommen aus den Gräbern raus Ja Ein Tag wo die Mutter Wo eine Person Von seiner Mutter flieht Von seinem Vater flieht Und seine Frau Und seinen Bruder Und seinen Kindern Das heißt Detailliert wird uns erklärt Was dort passiert Dass die Bücher aufgestellt werden Ja Steht dort Das Buch wird aufgestellt Und dann siehst du Die Mujerimien Die Spurio Gewalt Die Ungerechten Die Verbrecherischen Was sie sagen Sie sagen Wehe uns Dieses Buch lässt nichts Kleines Und nichts Großes übrig Außer dass es erwähnt wird Und wir finden das Was wir getan haben Dort Aufgezeichnet So viele Dinge Wie das Paradies aussieht Welche Strafen es in der Hölle gibt Dass es in der Hölle Ein Baumsakrum gibt Und so weiter und so fort Hier müssen wir uns die Frage stellen Warum Erwähnt Allah Subhanahu wa ta'ala Im Koran Fast auf jeder Seite Fast auf jeder Seite Etwas über den Tod Etwas über das Was beim Tod Oder nach dem Tod passiert Detailliert Schritt für Schritt Und Das ist eine Gnade Denn wenn du dir anguckst Das Christentum Beispielsweise Das Judentum Du findest dort in den Büchern So gut wie nichts Über das Detaillierte Was nach dem Tod passiert Und wir wissen Dass der Bibel Heute Die Bibel Die Bibel die heute vorhanden ist Das heißt Evangelium Und Tora Dass die verfälscht wurden Wie Allah Beispielsweise In vier verschiedenen Versen Im Koran sagt Wie beispielsweise In Sura 2 Vers 79 Ja Aber Wir haben dort ein Vers Und eventuell Allahu a'lam Hat Isa Diese Sache Wirklich gesagt Und das ist Im Johannes Evangelium 16 Vers 12 Dort sagt er Laut diesem Evangelium Allahu a'lam Ob das stimmt Ja Sagt er Ich habe euch noch Vieles zu sagen Aber ihr könnt es Jetzt nicht tragen Wenn aber nach mir Derjenige kommt Der nach mir kommt Wer ist das? Das ist das griechische Wort Die nennen das Paraklytos Aber man kann schnell Ein Buchwort verwechseln Wer ist Periklytos Und Periklytos Wäre jemand Der lobt Und gelobt wird Und das wäre Ein Synonym Für das Wort Mohammed Denn Mohammed Bedeutet Der gelobt wird Und Ahmed ist jemand Der ausgiebig Allah Lobt Und Mohammed Ist derjenige Der gelobt wird Und er sagt Wenn der aber kommt Der nach mir kommt Der wird euch Die ganze Botschaft Bringen Und der wird euch Alles zeigen Und dass man Auf ihn dann hören muss Und wenn Wir nun fragen würden Jetzt als Beweis Weil ich will dies Auch als Beweis bringen Dass der Islam Die richtige Religion ist Denn Jetzt mal ganz ehrlich Die Schöpfung Ist ein Beweis Für den Schöpfer Das heißt wir glauben Wir haben einen Gott Und da der Mensch Dieses Bewusstsein hat Von dem Der uns erschaffen hat Darüber nachzusinnen Darüber nachzudenken Wo er herkommt Wo er hingeht Und was der Sinn Deines Lebens ist So muss es darauf Eine Antwort geben Und diese Antwort Kommt durch heilige Bücher Wenn der Mensch nun weiß Dass er längere Zeit Tot sein wird Als er lebendig ist Dann ist es doch Nur logisch Dass die Botschaft Gottes Sich auf diese Auf diese Details Konzentriert Und den Menschen Darauf aufmerksam macht Was nach dem Tod Mit ihm passiert Denn jeder Mensch weiß Selbst wenn man heute Auf den Friedhof geht Dann sieht man Gräber Wo diejenigen Die in den Gräbern liegen Schon länger tot sind Als lebendig Ja Und Dann wissen wir Dass das eigentliche Leben Das jenseitige Leben ist Dass der Mensch Sich darauf vorbereiten muss Was danach kommt Und die beste Vorbereitung ist Dass man auch weiß Was danach kommt So Das erstmal dazu Das heißt Das ist erstmal Beweisliche Richtigkeit Und dann noch Eine Gnade für uns Heutzutage Wenn wir auf viele Christliche Beerdigungen gehen Beispielsweise Und ich kenne das ja noch Aus meiner Jahiliah Zeit Ja Wo zum Beispiel Jemand in der Familie gestorben ist Oder man hört davon Ja Man sieht immer Dass die Leute Wirklich Absolut Nicht wissen Wie sie mit dem Tod Umgehen müssen Und was mit dem Toten ist Du hörst dann immer Ja jetzt geht es ihm Bisschen besser Jetzt geht es ihm Oder ihr Bisschen besser Ja Man hat überhaupt Gar nichts Nicht diesen Halt Den der Islam eingibt Nicht diese Gewissheit Oder bestimmte Dinge Was passiert Was man zu tun hat Was man für den Toten Noch nach dem Tod Tun kann Ja Beispielsweise So Wenn wir nun gesagt haben Dass es so viele Punkte gibt Die erwähnt werden Über das Jenseits Und dass der Prophet Aleyhisselatuh Sallam sagt Gedenkt dem Tod Vom mehr Das Gedenken des Todes Des Genusszerstörers Des Todes Dann muss das einen Sinn Für uns haben Und Was ist der Sinn davon Und ich habe hier Zehn Punkte Zehn Nutzen Die wir dadurch haben Dass wir uns immer wieder An den Tod erinnern Erstens Der Mensch weiß Dass dieses Leben Nur ein kurzer Moment ist Der Prophet Aleyhisselatuh Sallam Gibt in einem Hadith Das Beispiel Vom Gieser zum Jenseits Wie jemand Der seinen Finger Wie jemand Der seinen Finger In den Ozean hineinsteckt Das was er am Finger hat Von dem Wasser Das ist das Jenseits Das ist das Jenseits Der restliche Ozean Ist das Jenseits Das heißt Daran wissen wir Wie wichtig es ist Uns auf das eigentliche Leben Vorzubereiten Und dass wir das Ziel Nicht aus dem Auge verlieren Dass wir wissen Es gibt dort ein Paradies Und eine Hölle Wenn du beispielsweise Einen guten Lehrer hast Ein guter Lehrer Der wird dich darauf vorbereiten Dass die Schule Wichtig für dich ist Für ein Ziel Der wird dir sagen Denn danach Nach der Schule Wenn du einen guten Abschluss Gemacht hast Kannst du ein gutes Studium kriegen Und wenn du ein gutes Studium hast Kannst du einen guten Beruf bekommen Wenn du einen guten Beruf bekommst Hast du eventuell Eine bessere Lebensqualität Das ist ein guter Lehrer Oder das sieht man Seinen guten Lehrer an Und deswegen erinnert uns der Koran Immer, immer, immer wieder An diese Realität Immer wieder Und jeder Mensch Der erfolgreich sein will Der muss sich immer wieder Ein Ziel setzen Glaubt es mir Glaubt es mir Es ist in jedem Bereich Im Leben so Schau dir irgendeine Person an Die erfolgreich ist In irgendeinem Bereich des Lebens Sei es Im wissenschaftlichen Bereich Sei es im familiären Bereich Sei es in Sport Oder was auch immer Du siehst immer Die Leute die ausgezeichnet sind Sind Leute die Sich früh ihr Ziel gesetzt haben Und dann darauf hingearbeitet haben Dabei ist es unabhängig Ob das Ziel was sie haben Gut ist Zum Beispiel würden wir aus islamischer Sicht sehen Das ist am Beispiel das Ziel Eine gute Sängerin zu werden Die gut tanzt Und Darüber ist kein gutes Ziel Aber glaubt es mir Jeder Sängerin Die ihr Von der ihr gehört habt Die erfolgreich ist Ist eine Person Die sich ein Ziel gesetzt hat Und versucht hat Dieses Ziel zu erreichen Das heißt die Zielsetzung Ist unheimlich wichtig Und hier sagt Al-Hassan al-Basri Sinngemäß etwas sehr wichtiges Er sagt Es gibt keine Tatsache An der Keine Gewissheit Keine gewisse Sache An der es keinen Zweifel gibt Wie der Tod Die so behandelt wird Als wenn es einen Zweifel angehebe Denn die Menschen wissen Und gerade auch als Muslim Du weißt Der Tod Kann vor der Tür stehen Aber trotzdem leben die Menschen Als wenn Als wenn nichts wäre Ach jährlich in Deutschland alleine Gibt es ca. 4000 tödliche Verkehrsunfälle Überleg mal Du kannst das in vielen Fällen Und meistens sind die tödlichen Verkehrsunfälle Hängen zusammen mit einem groben Fehler Entweder von dem der stirbt Oder von jemand anderem Ach es gibt Verkehrsunfälle Wo Fußgänger Tot sind Da geht ein Fußgänger beispielsweise An der Kreuzung Auf einmal Kommt ein Auto ins Schleudern Überschlägt sich Und Reißt den Fußgänger mit Was meinst du Wenn ein Auto sich überschlägt Und du als Fußgänger Kriegst dieses Auto ab Du weißt wie schwer Stell dir mal vor Guck mal Wenn du von einem Der stark ist Der vielleicht weiß man nicht 100 Kilo ist Einen Faustschlag ins Gesicht kriegst Da bist du k.o. Ja oder du hast dir vielleicht Sogar den Kiefer gebrochen Der wiegt 100 Kilo Jetzt stell dir mal vor So ein Auto Das mit so einer brachialen Gewalt ankommt Dass ich weiß nicht wie viel Auto wiegt Auf jeden Fall viel mehr als ein Mensch Das zerfetzt den Menschen Zerfetzt einen Oder du bist beispielsweise auf der Autobahn Ach ja alles schon passiert Auf einmal bricht der Lastwagen von der anderen Seite Durch die Leitplanken durch Und kommt auf die Gegenfahrbahn Und fährt gegen dich Und das ganze Ding geht in die Luft Das heißt Hier aber muss man sich im Klaren sein Der Tod kann immer kommen Das ist eine Weisung von Allah Dann zweitens Wenn du das weißt Als der Tod kommt Und das ist ein eigentliches Ziel Was ist das Jenseits Dann wirst du mehr gute Taten machen Das ist der zweite Nutzen Und drittens Du wirst mehr von schlechten Taten wegbleiben Weil du weißt Dass die schlechten Taten Die schaden im Jenseits Was nützt dir Beispielsweise Was nützt einem Unzucht Mit einer Frau Beispielsweise Ein kurzes Vergnügen Sage ich jetzt mal Wenn er danach dafür Vielleicht 10 Jahre in die Hölle geht Man weiß es ja nicht Es kann passieren Wir wissen nicht Wie es eventuell bestraft wird Stell dir das mal vor Was nützt dir Das bisschen Geld Was du beim Banküberfall Verdienen willst Wenn du vielleicht Bei diesem Banküberfall Erschossen wirst Von der Polizei Oder von einem Wachmann Und du stirbst Bei einem Verbrechen Das heißt Du wirst dir denken Guck mal Dieses Geld bringt mir gar nichts Ich bleibe von der Sünde fern Das Jenseits ist mein Ziel Und deswegen sagt Der Prophet Und das ist ganz wichtig Sei in dies als Wie ein Fremder Oder wie jemand Der auf der Durchreise ist Warum denn Wenn du fremd bist Auf der Durchreise Du wirst dich nicht So großartig darum kümmern Ja was werde ich Was werde ich machen Was werde ich nicht machen Und deswegen wird dich Das nicht so schnell In Probleme bringen Bezüglich des Jenseits Das heißt Wenn du weißt Egal ob du hier reich bist Oder nicht reich bist Es ist schön reich zu werden Dann wirst du keine Kriminellen Sachen machen Die dein Jenseits gefährden Wenn du weißt Du bist auf der Durchreise Zum Jenseits Warum soll ich jetzt Mein eigentliches Ziel Aufs Spiel setzen Für etwas Was ich sowieso Für eine kurze Zeit habe Und deswegen Sagt Ibn Umar Radiallahu anhu Er sagt Das heißt Wenn du den Abend erreicht hast Du erwarte nicht den Morgen Und wenn du den Morgen erreicht hast Du erwarte Nicht den Abend Denn Niemand weiß Wann er stirbt Dann geht es weiter Das heißt Wir haben drei Nutzen Die ersten Viertens Du wirst die Toba Schneller machen Du wirst zu Allah Schneller zurückkehren Und das ist ganz wichtig Denn was sagt Der Prophet A.S. Das heißt Allah nimmt die Toba Von einem Diener an Bis zu seinem letzten Atemzug Aber wann ist der letzte Atemzug? Achhi Wenn du beispielsweise Auf der Autobahn Kommt der Straßenverkehr Einfach auf einmal zum Stehen In einem Tunnel Stell dir vor Du bist auf der Autobahn Im Straßenverkehr Und der war Der kommt auf einmal Zum Stehen Der Straße Der Tunnel Auf einmal kommt Ein Lastwagen Von dem mit 100 km Angebrettet Achhi Da bist du platt Und du weißt Das kann dir passieren Und jeden Tag Fährst du mit dem Auto Durch die Gegend Nicht dass ich Einer verstehe So kein Auto mehr fahren Ich sage Der soll ein Auto einsteigen Der soll sich Bewusstsein Tauber machen Bevor er ins Auto einsteigt Täglich 4000 Tote Im Straßenverkehr Stell dir mal vor Das kann jeden erwischen Jeder zeigt Du hast gar keinen Einfluss drauf Gar keinen Einfluss drauf Wie ist ein Haus abgebrannt Was meinst du Wenn dein Haus anfängt zu brinnen Ach da stirbst du Hast du gedacht Wenn du mitten im Tiefschlaf bist Dann wirst du wach Ach hier Wenn du wach bist Steht das Haus Schon lichterloh in Flammen Und die meisten Die verbrennen nicht Die ersticken erstmal Durch die Gase Werden die ohnmächtig Und dann verbrennen die Ja das heißt Da sind giftige Gase Durch das Plastik Durch diese ganzen Stoffe Und der verbrennt danach Ach das kann jeden Tag passieren Hast du gar keinen Einfluss drauf So Das heißt Dann wirst du wissen Bis zum letzten Atemzug Du weißt nicht Wann der letzte Atemzug ist Und der Prophet hat es uns vorgemacht Hundertmal am Tag Ist dir Gefahr Astagfirullah 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 Mit deinen Tagen Mit deinen Worten Dass du zurückkehrst Dann Was sagt der Prophet A.S. noch Er sagt Dass Allah Die Turbe akzeptiert Bis die Sonne im Westen aufgeht Bis zum jüngsten Tag Aber wann ist das? Das heißt Das wird uns dazu bringen Immer wieder Die Turbe zu machen Schnell Weil du weißt nie Wann der Tod kommt Und ich will euch hier etwas sagen In Deutschland Fast 50% der Todesfälle Fast 50% der Todesfälle Haben mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun Das bedeutet Schlaganfälle Herzinfarkte Und viel Und das heißt Fast 50% der Todesfälle Kommen unerwartet Ach hier Bumm Der kriegt auf einmal Einen Schlaganfall Und du siehst das manchmal Bei jungen Leuten Hier Eine Schwester Die hat vor paar Jahren Noch Kopftuch getragen Hat dann Kopftuch ausgezogen Ist auch wieder in die Disco An einen Freund gehabt Auf einmal Auf einmal mit 24 Jahren Kriegt die einen Schlaganfall Er hätte genauso gut Tod sein können Wer gibt dir die Garantie Ach hier Eine Mutter von uns 24 Jahre alt Auf einmal von heute auf morgen Tod Herzinfarkt Der war gesund Und du weißt es nie Wann der Tod kommt Fast 50% der Todesfälle Danach kommt Krebs Dann wie viele Unfälle gibt es Die tödlich sind Wie viele Autounfälle Flugzeugunfälle Brand Badeunfälle Sportunfälle Wie viele gibt es davon im Jahr Wie viele sterben Auf diese Art und Weise Völlig unerwartet Und du kannst dazugehören Ach hier Du weißt gar nicht Ach hier Du gehst vielleicht gleich Über die Straße Du gehst vielleicht gleich Über die Straße Ganz locker Und da kommt von links Irgendein Auto angefahren Und brettet dich um Und du bist tot Kannst du nie wissen Der Tod kommt Wahrscheinlich Meistens unerwartet Und das ist das Problem Viele denken sich Ja Wenn ich etwas älter bin Dann fange ich mal an Ich weiß gar nicht Ob du so alt wirst Der Tod lauert überall Dann Wenn du dich immer An das Ach hier An das Jenseits denkst Und an das eigentliche Ziel Wirst du zufrieden sein Mit wenig Guck mal Leute Wie viele Leute sind heute unzufrieden Weil der neidisch ist Der sieht ein Haus Der sieht ein Auto Von Hins und Kuhn Sie wird neidisch Hier Wie musst du sein Du musst dir sagen Das ist meine Durchgangsstation Du bist wie in der Bahn Du bist wie in der Bahn Ach hier Es ist mir doch egal Ob ich jetzt in der Bahn Ein Wasser mehr trinke Oder Ein Snickers mehr esse Oder was auch immer Und mein Nachbar hat vielleicht Erste Klasse Ich komme gleich an mein Ziel an Was interessiert mich die Bahn hier Diese drei Stunden Reise Aber ach hier Wallah Diese Bahnfahrt Diese Bahnfahrt Von drei Stunden Von sechs Stunden In Bezug zu deinem Leben Ist mehr Als dieses Leben In Bezug zu deinem Jenseits Überleg mal Ach hier Diese Bahnfahrt Von drei Stunden Die ist in der Relation Zu deinem Diesseits Mehr Als das diesseitige Leben Selbst wenn du 120 Jahre alt wirst Zu deinem Jenseits Denn im Jenseits Bist du für alle Ewigkeit Das heißt Welchen Wert hat der gerade Das ganze Theater Außer dass du für Allah Arbeitest Subhanallah Dann Wenn man An das Jenseits Denkt wird es nicht so viel Streit Und Diesseits geben Viele Leute erzählen heute Religionskriege Und so weiter Das alles Das ist alles Eine Propaganda Der Atheisten Die meisten Kriege Gingen um Land Und Rohstoffe Wie heute Aber derjenige Der weiß Dass das eine Durchgangsstation ist Ach hier Der wird doch kein Haram machen Und Leute umbringen Weil er denkt Morgen Ja Ist er sowieso tot Weil er ist mit weniger zufrieden Das heißt Das ist besser Für Das friedliche Miteinander Und nicht das Gegenteil Das ist völliger Quatsch Der Iman Und das Jenseits Ist besser für das friedliche Miteinander Dann Der nächste Nutzen ist Die Umwelt Heutzutage gibt es viele Leute Die die Umwelt Verschmutzen Weil sie etwas Vom Diesseits Gewinnen wollen Weil das Diesseits Bei ihnen so viel wert ist Es gibt Leute Es wird Giftmüll In Länder transportiert In muslimischen Länder Ja Wo das verbuddelt wird dort Ist dem egal Das Grundwasser geht kaputt Ist dem egal Ist ja nicht mein Grundwasser Er lebt ja sowieso nur noch kurz Er lebt ja nur fürs Diesseits Versteht ihr? Aber derjenige Der an das Jenseits glaubt Der glaubt Dass er anderen Menschen Nicht schaden darf Der an das Jenseits glaubt Er glaubt Dass man anderen Menschen Nicht schaden darf Dass er nicht einfach Ja Irgendwo Eine Atombombe Ausprobieren kann Da wohnen ja drum herum Sowieso nur arme Leute Die dann radioaktiv Verstrahlt werden Oder irgendwelche Giftmülle Transportieren kann Die dann in irgendwelchen Dritte Weltländer Verbuddelt werden Oder was auch immer Oder Regenwälder Einfach so abholzen kann Weil er etwas billiger Das Rindfleisch bekommen will Etc Das heißt Diesen ganzen Nutzen hat Das für das friedliche Zusammenleben Und für das Reformieren der Gesellschaft Wenn man die Menschen Immer wieder darauf aufmerksam macht Ja Dass Der Glaube an das Jenseits wichtig ist Das waren jetzt sieben Punkte Jetzt kommt der achte Punkt Den habe ich eigentlich gerade schon erwähnt Verbesserung Der Gesellschaft Wie ein Verbesserungsindividuum Was hat Aisha Radiyallahu anha gesagt Aisha Radiyallahu anha hat gesagt Wenn das erste Ja das heißt Wenn das erste Was vom Koran herabgesandt wurde Gewesen wäre Macht Trinkt kein Alkohol Da hätten die Menschen gesagt Weil die haben auch schon An Allah geglaubt Wallahi Wir werden den Alkohol niemals lassen Den können wir nicht lassen Wir sind daran gewohnt Wir lieben den Alkohol Und sie sagt Wenn das erste gewesen wäre Ihr sollt keine Unzucht begehen Sie hätten gesagt Wallahi Wir werden die Zina niemals lassen Aber was Dann erwähnt sie Was war das erste Was herabgesandt wurde Sie sagt Das erste Was vom Koran herabgesandt wurde Weil der Koran Wo die Stufen herabgesandt war Die Verse Die Suren Wo das Paradies Und die Hölle erwähnt wurde Bis der Iman im Herzen Fest war Und dann wurde Halal und Haram Herabgesandt Und was war die Wirkung davon Wir sehen die Wirkung Als Allah Subhanahu wa ta'ala gesagt hat Das heißt Diese Sachen Alkohol Glücksspiel Opfersteine Etc Sind Unreinheiten Vom Satan So Lasst sie Umgeht sie Fatschternibu Mach einen großen Boge drumherum Was ist passiert Die Leute waren damals Viele waren richtige Alkoholiker gewesen Die haben Alkohol In Massen getrunken Wisst ihr was die gemacht haben Die haben die Alkoholflasche Beziehungsweise das Alkoholgefäß An dem Mund Und dann hören sie Es wurde gerade von Allah Verboten Sie wissen worum es geht Es geht um Paradies und Hölle Und sie schütten es so aus Und die ganzen Straßen Waren voller Wein gewesen Weil alle es sofort Ausgeschüttet haben So kann man die Gesellschaft Reformieren Aber da muss man auch Darauf ansprechen Als Daher Als Prediger Muss man den Menschen Und sich selber Das Gefühl geben Dieses verinnerlichen Dann Subhanallah Schauen wir mal 1930 In Amerika Alkohol war verboten Was ist daraufhin passiert Die Menschen Haben nicht aufgehört Man hat versucht Die zu zwingen Mit spezieller Polizei Tausend Menschen Sind circa Getötet worden Dabei Aber die Menschen Haben nicht aufgehört Den Alkohol zu trinken Die beste Methode Aber man wusste schon Dass Alkohol schlecht ist Das wussten sie schon Dann haben sie aufgegeben Die haben gesagt Komm Dann lassen wir sie lieber Alkohol trinken Das bringt vielleicht weniger Schaden Als jetzt Muss den Alkohol selber brennen Und blind werden Und so weiter Die können denen das nicht Verbieten Wir können denen das nicht Verbieten Aber im Islam Wenn der Islam Verinnerlichst Weiß Dass um das Jenseits geht Ist der Islam Die Lösung Um das Individuum Zu verbessern Ja Dann der neunte Punkt Ist Deine Qualität Bei der Ebera Wird sich verbessern Weil du mehr Hushu bekommst Wenn du vor jedem Gebet denkst Was ist wenn ich Nach diesem Gebet sterbe Wenn du vor jedem Gebet denkst Ich muss an das Jenseits denken Und Ali Radiallahu anhu Der hat gesagt Bei ihm war das So verinnerlicht gewesen Wenn er Ja Das Paradies Singemäß Wenn er das Paradies Sehen würde Das würde ihm Nicht mehr Liebe Für das Paradies geben Und wenn er Das Höllenfeuer Sehen würde Das würde ihm Nicht mehr Angst Vor dem Höllenfeuer Machen Weil er das So verinnerlicht hat Stell dir das vor Deswegen musst du dir Das mal vorstellen Vor jedem Gebet Das geht in Paradies Und Hölle Zehnter Punkt Dein Ikhlas Dass du die Tat Wirklich für Allah machst Weil wenn du daran denkst Dass es um das Jenseits geht Dann wirst du deine Taten In Shara mit Ikhlas machen Und möge Allah uns Ikhlas in unseren Taten geben Allahumma Inna nas aluka Al ikhlas Fikaudu Al amal Vastafiru Rabbakum Inna Uta la ghafara Vastafiru Rabbakum